Ushidomawashigeri 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 Hallo, guten Tag. Das Thema von heute ist Ushidomawashigeri. Ushidomawashigeri Ushidomawashigeri trifft eine Drehung von 360 Grad. Und damit beginnt auch die Bewegung. Das Gewicht wird sofort auf den Standbein verlagert. Die Degung geht Richtung Gegner und der Oberkörper ist an dieser Stelle aufrecht. Danach gibt die Jufte und das Bein geht mit. Diese Haltung ist dieselbe von Ushidomawashigeri. Aber hier kommt vorher die Drehung. Hützverlagerung Das Bein so lange wie möglich auf dem Boden halten um das Gleichgewicht zu gewährleisten. Und jetzt die Jufte kippen und das Bein anheben. Anheben. Die nächste Bewegung ist das Schnappen des Beins. Also macht diese Bewegung. Schnappt das Bein Richtung Gegner, Richtung Zieh. Und dann kommt das Bissende wieder zurück. Um ihn daher abzusetzen. Schnappt das Bein Richtung Ego. Und dann kommt das Bissende wieder zu einer Schnappen durch. Das war der Uromashigeri und wie der Uromashigeri trifft auch dieser Fußtritt entweder mit der Fußsohle oder mit der Ferse. Um den Uromashigeri anzuschauen, schaut euch das heutige Video an, sonst für heute sind wir fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.